Hi, ich bin die Alex und ich bin das letzte und fünfte Mitglied von AT Award. Zu meiner Person, ich bin 22 Jahre alt, mache eine Hundetrainer-Ausbildung, ich studiere Biologie und arbeite nebenbei, also ich mache verschiedenste Sachen, wie zum Beispiel Dog Sitten oder bei Mrs. Balty arbeite ich auch, also verschiedenste Sachen. Und eben das Tanzen, ich tanze seit ich circa vier Jahre alt bin, ich habe mit Ballett angefangen, circa vier Jahre lang habe ich das gemacht. Dann habe ich gewechselt zu Jazz, habe versucht, verschiedenste Sachen schon als Kind auszuprobieren. Dann war ich auch bei Dance4Fans, wie die Pia, aber habe ebenfalls gesehen, dass es mich nach ein paar Jahren einfach nicht mehr weiterbringt und es hat mir dann auch nicht mehr so Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch eine kurze Pause eingelegt, weil ich nicht ganz wusste, was soll ich jetzt machen, wo soll ich hingehen. Und dann bin ich zum Vienna Dance Center gekommen, habe dort jetzt drei Jahre lang eine Ausbildung gemacht und habe dort mit der Carina und mit der Vanessa getanzt. Ja, und jetzt sind wir hier bei ATO The World und fahren nach Las Vegas. Und ja, was, was, Vegas ist einfach der Wahnsinn. Es ist einfach toll, dort zu sein. Wir freuen uns auf die ganzen Erfahrungen, die wir dort machen werden. Es geht bei uns halt jetzt nur darum, dort mitzumachen. Dabeisein ist alles. Und ja, Amerika zu sehen, verschiedenste Länder zu sehen, wie sie so tanzen. Und ja, Kontakte zu knüpfen, die Leute zu sehen. Und auch das freuen wir uns schon extrem. Und ich hoffe natürlich, dass wir Österreich gut vertreten werden dort. Wir werden unser Bestes geben. Bald geht's los. Und ja, ihr werdet mehr hören. Und ja, ihr werdet mehr hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020